Musik Hey Leute, ich bin's wieder, der Tim von den TechProfis. Heute noch einmal das Thema iPad. Und zwar sind seit zwei Tagen und seit heute bestätigt viele Gerüchte unterwegs gewesen zu dem iPad und den Preisen. Und heute ist jetzt der Preis bestätigt worden und man kann jetzt auch vernünftig vorbestellen. Das iPad, wie ihr schon seht, wird am 28. Mai rauskommen und hier sind die Vorbestellungspreise. Am Wochenende gab es ein paar Gerüchte, dass die Preise um 15 Euro höher sein werden als in den restlichen EU-Ländern. Spanien ist sogar noch ein bisschen günstiger. Das hat sich jetzt nicht bestätigt. Und zwar ist der Einstiegspreis 499 Euro. Und dieser 15 Euro, ja, Copyright-Zuschlag, der jetzt irgendwie für solche portablen PCs ohne Laufwerk dazugekommen sind, der hat sich jetzt nur bei dem 60 GB Modell dazu gebucht. Ja, der Preis trotzdem noch relativ teuer, wie ihr jetzt sehen werdet. Und zwar ist US-Dollar, der Wechselkurs im Moment in Euro 0,7789. Das Ganze kann man sich dann umrechnen lassen. Nehmen wir doch einfach mal den Betrag von 499 US-Dollar. US-Dollar in Euro. Lassen wir uns den Kram mal ausrechnen und dann haben wir da 388 Euro. Naja, 388, das ist um einiges weniger, würde ich mal sagen, als das, ja, als das iPad, das wir jetzt im Endeffekt bezahlen müssen. Wir müssen nämlich nochmal ganze 100 Euro draufpacken. Das finde ich relativ viel und das gefällt mir überhaupt nicht. Und deshalb, ja, solltet ihr vielleicht euch mal bei den EU-Kollegen umschauen oder vielleicht doch auf ein besseres Angebot hoffen. Und, naja, die Preise, die wir halt hier, die Rumor-Preise, die wir hatten und jetzt auch die bestätigten Preise, habt ihr hier in einer schönen Tabelle. Hier oben habt ihr die URL, da könnt ihr euch das nochmal angucken, kann ich auch in die Description schreiben. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr jetzt so ein iPad haben wollt oder nicht. So viel in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt. Und viele Videos werden wahrscheinlich noch folgen zum Thema iPad, weil es einfach etwas komplett Neues ist auf dem Markt. Und jetzt die ganzen anderen Tablet-PCs noch auf den Markt kommen werden mit Jojo Wee-Tablet oder wie heißt das? Ja, auf jeden Fall kommen noch zig andere Tablets und ihr dürft euch darauf freuen. Und für alle die, die nicht mehr warten können, bestellt euch jetzt ein iPad vor, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und jetzt bin ich raus. Ciao. 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 Ciao.